Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hin und Weg Museumscheck. Wir sind heute beim Krippenmuseum in Klüserath und ich bin schon sehr gespannt, was uns heute erwartet. Also, lass uns gleich mal reingehen. Guten Tag, Herr Porten. Guten Tag. Sie zeigen uns heute das Krippenmuseum? Ja. Können Sie zuerst erklären, wie das Museum entstanden ist? Ja, das Museum selbst ist entstanden vor zwölf Jahren. Unser Verein, Klüserath der Krippenfreunde, der besteht schon 40 Jahre jetzt. Wir feiern dieses Jahr Jubiläum. Mittlerweile haben wir 268 Mitglieder und sind dem Bayerischen Krippenverband angeschlossen. Das Museum ist entstanden dadurch, dass dieses Haus hier baufällig war. Und wir haben das Haus dann kaufen können und haben es dann mithilfe von Zuschüssen des Landes Rheinland-Pfalz wieder neu aufgebaut und dann eben das Krippenmuseum hier installiert. Das heißt, getragen wird das Museum vom Verein? Genau. Die Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich hier, also bei uns wird niemand bezahlt. Ja, gehen wir doch einfach mal hoch und schauen uns das Museum an. Gerne. Was für Krippen sieht man hier in dem Museum? Ja, wir haben unser Museum aufgeteilt in drei verschiedene Bereiche. Zum einen zeigen wir historische Krippen. Das heißt, Krippen, die älter sind, also 200, 250 Jahre, 100 Jahre alt, die zählen schon bei uns zu historischen Krippen. Dann haben wir neuzeitliche Krippen, die auch von Krippenfreunden oder von Mitgliedern vom Verein gebaut werden. Und wir haben Krippen aus aller Welt. Bei den Krippen aus aller Welt ist es so, dass wir da auch die unterschiedlichen Länder präsentieren und auch unterschiedliche Materialien, wie man zum Beispiel in Peru, in Südamerika, wie man vielleicht in Spanien, Italien Krippen baut. Also da haben wir ein breites Spektrum, was wir hier im Museum zeigen. Das heißt aber, die Kunst des Krippenbaus an sich hat sich jetzt über die Jahrhunderte nicht sehr stark verändert. Die hat sich dahingehend verändert, dass sich neue Materialien ergeben haben. Wir bauen heute zum Beispiel nicht mehr so schwere Krippen, das heißt mit Wurzeln oder mit Holz, sondern wir bauen heute auch schon mit Styrodur. Das sind ganz leichte Krippen. Das können wir vielleicht später nochmal an einem Modell dann sehen. Ja, dann gehen wir mal zu dieser Krippe. Das ist jetzt eine historische Krippe von dem Bildhauer Sebastian Osterrieder. Was ist an dieser Krippe besonders? Das Besondere an dieser Krippe sind die Figuren. Sebastian Osterrieder gilt als Erneuerer der künstlerischen Weihnachtskrippe. Das heißt, er hat die Krippe aus der Versenkung wieder herausgeholt, nachdem die Krippen verboten waren in den Kirschen und Klöstern. Und er hat es wieder auf ein künstlerisches Niveau gehoben. Dem ist gerade erwähnt, dass Krippen zwischenzeitlich verboten waren. Wann war das und warum? Krippen waren 1803, 1804 verboten worden im Rahmen der Aufklärung in der katholischen Kirche. Und dieses Verbot wurde aber wieder Mitte der 20er Jahre 1824, 1825 wieder aufgehoben. Hier haben wir jetzt schon eine historische Krippe gesehen. Können wir uns dann als nächstes eine neuzeitliche Krippe anschauen? Genau, das können wir machen. Dann gehen wir eine Etage nach oben und da sehen wir dann eine orientalische oder auch eine heimatliche Krippe. Ach ja, hier gehen wir gerade an einem Modell vorbei. Also das heißt, wir zeigen hier am Wochenende immer in unserer lebenden Werkstatt, wie man Krippe baut oder wie geschnitzt wird. Und hier sieht man jetzt eine halbfertige Krippe, eine heimatliche Krippe dann. Das ist jetzt eine neuere Krippe? Das ist jetzt eine neuere Krippe, die hat unsere Präsidentin, die Pia Madat, gebaut, eine orientalische Krippe. Und was unterscheidet diese Krippe jetzt von der, die wir da vorgesehen haben? Das ist erstmal neuer und es zeigt jetzt eben die Architektur und die Landschaft vom Heiligen Land, also von Israel. Bei den orientalischen Krippen möchte der Krippenbauer das Geschehen der Weihnacht möglichst historisch darstellen, also die Dörfer vom Heiligen Land, Bethlehem, Nazareth und die Landschaft eben möglichst naturgetreu darstellen. Das Geschehen also das, wie es vor über 2000 Jahren womöglich stattgefunden hat. Das wird hier in dieser Krippe dann nachempfunden. Hierbei handelt es sich um eine Simultankrippe. Da sind also verschiedene Szenen in einer Krippe dargestellt. Also es beginnt mit der Herbergssuche. Josef und Maria auf dem Weg nach Bethlehem zur Volkszählung, suchen eine Herberge und man sieht drüben den Wirt. Er sagt, ich habe keinen Platz, der Juf steht da. Ja, er weiß nicht mehr wohin, die schwanger Maria lehnt sich an den Esel. Also die nächste Szene wäre dann die Geburt hier vorne und die Verkündigung an die Hirten und dann die Anbetung der Könige. Das versteht man dann unter Simultankrippe. Kann man Krippen denn mit Modellbau vergleichen? In gewisser Weise kann man das schon mit Modellbau vergleichen, aber es unterscheidet sich grundlegend darin, dass wir einen Verkündigungsauftrag erfüllen. Das heißt, wir bauen Krippen, um dem Betrachter das Geschehen der Weihnacht näher zu bringen. Das heißt, wir verbinden einen religiösen Verkündigungsauftrag damit. Und darin unterscheidet es sich ganz stark vom normalen Modellbau, wie die Modellbauer jetzt beim Eisenbahnbau. Die Krippen sind erst so vor 200 Jahren etwa entstanden, als die Menschen die Möglichkeit hatten, ins Heilige Land zu pilgern. Demgegenüber steht jetzt die heimatliche Krippe, die wir auch hier verstärkt in unserem Museum zeigen. Der Unterschied zwischen Heimatkrippe und orientalischer Krippe ist eben der, der, dass der Krippenbauer das Weihnachtsgeschehen in die hiesige Landschaft und Architektur verlegt. Das heißt, die Dörfer Bethlehem und Nazareth werden zu Dörfern hier an der Mosel oder in Bayern oder je nachdem, wo man eben zu Hause ist oder in Österreich dann Heimatkrippe baut. Hier sehen wir jetzt eine typische Dorfgasse aus Klüsserath mit geschnitzten Krippenfiguren. Auf der linken Seite hier das Museum, eine Schneekrippe. Und damit will der Krippenbauer hier zeigen, dass Christus nicht nur vor 2000 Jahren für die Menschen im Heiligen Land, in Israel, im Orient geboren ist, sondern auch für alle Menschen, auch auf der nördlichen Halbkugel. Im Gegensatz zu der orientalischen Krippe sind hier hinten keine drei Weisen aus dem Morgenlande, sondern die Sternsinger unterwegs, die bei uns ja auch am Dreikönigstag unterwegs sind, also als Symbol für die drei Könige. Und hier sieht man jetzt auch die Sterne, so wie die Sternschnuppe damals, die Hirten zum... Ja, was heißt Sternschnuppe war es ja nicht, das war der Allerische Komet. Ein Kometenstern war es, genau. Und hier sehen wir jetzt das Sternenbild auf der nördlichen Halbkugel genau vom 24. Dezember. Das hat der Krippenbauer genau hier übertragen und er hat auch hier eine Kugel gebaut, sodass das Ganze eben wie ein Firmament dann eben aussieht. Wir haben jetzt schon einige unterschiedliche Krippen gesehen. Was macht denn eine Krippe aus? Ja, unter Krippe versteht man eine dreidimensionale Darstellung, die das Weihnachtsgeschehen mit versetzbaren Figuren in einer Landschaft oder Architektur zeigen. Das ist eigentlich das, was man Krippe nennt. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das Weihnachtsgeschehen darzustellen. Haben wir hier ein Beispiel, eine sogenannte Tiffany-Krippe in Anführungszeichen. Eine eigentliche Krippe ist es eben nicht, weil sie nicht dreidimensional ist und nicht mit versetzbaren Figuren in einer Landschaft oder in Gebäuden. Das ist der Unterschied zu Weihnachtsdarstellungen oder zu der Definition, was eine Krippe ausmacht. Ja, hier befinden wir uns jetzt in unserer diesjährigen Sonderausstellung 40 Jahre Klycerater Krippenfreunde, unsere Jubiläumsausstellung. Hier sieht man auch so die Anfänge des Krippenbaus. Das ist auch ein Heimathaus hier aus Klycerath. Heute bauen wir doch schon etwas anders, nicht mehr so schwer und auch etwas filigraner, als wir damals gebaut haben. Ja, hier sehen wir jetzt auch wieder ganz unterschiedliche Krippen. Einmal eine Wurzelkrippe aus dem alpenländischen Raum, hier wieder eine Heimatkrippe. Oder wenn wir mal hier rüber schauen, da sehen wir dann eine neapolitanische Krippe, die wir hier im Kurs gebaut haben. Also wir bieten im Verein unterschiedliche Kurse an. Einmal zum Krippenbauen, einmal zum Figuren schnitzen, zum Tierschnitzen, zum Figurenbemalen, zum Fassen, zum Kaschieren, zum Hintergrundmalen, alles rund um die Krippe bieten wir an. Der Unterschied eben ist, dass bei neapolitanischen Krippen alles oder überwiegend alles aus Kork gebaut wird, aus Korkrinden, aus Korkteilen, die ausgeschnitten werden, außer die Säule. Ansonsten besteht alles aus Kork. Ja, auch diese Krippe wurde hier im Kurs hier in Klysserath gebaut. Vielen Dank für die ausführliche Führung. Es war sehr interessant, einmal hinter die Kulissen vom Krippenbau zu schauen. Und wie man hier auch sieht, es gibt noch viel mehr Krippen hier zu sehen. Also, wenn es euch gefallen hat, dann kommt doch gerne mal vorbei und wir sehen uns ansonsten in der nächsten Folge von Hin und Weg Museumscheck. Das Krippenmuseum in Klysserath hat samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Während der Sonderausstellung zum 40. Jubiläum stehen Besuchern vom 18. November 2022 bis 8. Januar 2023 die Türen zur deutschlandweit einmaligen Krippenausstellung auch freitags offen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 Euro, Kinder bis 12 haben freien Eintritt. Seit Neuestem gibt es im Haus der Krippen auch einen Aufzug, durch den die mehrstöckige Ausstellung auch für Ältere oder Menschen mit Behinderung zugänglich ist. Reichen kann man das Museum im Klysserath-Ortskern mit dem Auto von Trier aus über die A1 bis zur Ausfahrt führen. Die Busslinie 221 der Musselbahn verbindet den Ort stündlich mit Trier und Neumagen. Die nächste Haltestelle, Klysserath-Kindergarten, ist ca. 5 Gehminuten vom Museum entfernt. Weitere Infos zum Krippenmuseum und zum Verein findet ihr auf der Webseite des Museums.